Die Baureihe 193 Epoche 6 der Siemens Vectron kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Das TT-Modell von Pico mit der Loknummer 193 801-8 kommt in der Ausführung der Railpool-Gruppe. Die Dachausrüstung ist präzise nachgebildet. Besonders besticht das Modell durch vorbildgerechte Nachbildung der Pantografen sowie filigrane Dachisolatoren in vorbildlicher Materialstärke. Die extra eingesetzten Dachlüfter machen die Dachdachbildung perfekt. Der Siemens Vectron von Railpool überzeugt im Frontbereich mit extra angesetzten Teilen wie Griffstangen, Schneeräumer und Aufstiegsstufen. Diese Details tragen so zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Die Nachbildung der exakt gravierten Drehgestelle sind vorbildgerecht wiedergegeben. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos wie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht für vorbildgerechte Kupplung nach NEM ausgerüstet. Die beiden Drehgestelle haben auf je einer Achse einen Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft. Die Lokomotive ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sound-Decoder problemlos möglich. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist auch separat schaltbar. Das Modell der Baureihe 193 zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsam-Fahreigenschaften, verdankt die Lok einem durchzugstarken Motor mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für ausgezeichnetes Ausrollen des Modells. Der Vectron gehört auf europäischen Gleisen zu den neuesten Lokomotiven und besitzt durch den markanten Frontbereich schon viele Fans. Diese Baureihe findet durch den steten Zufachs an neuen Loks für die unterschiedlichsten Eisenbahnverkehrsunternehmen immer größere Verbreitung. Mit dem Pico TT Modell der Siemens Vectron erwerben sie eine der neuesten Elektrolokomotiven, die auf deutschen sowie europäischen Gleisen unterwegs sind. Sie lässt sich universell auch auf ihrer Anlage einsetzen und macht vor langen Güterzugen mit Sicherheit eine gute Figur. Mit der Siemens Vectron von Pico haben sie auf ihrer Anlage eine Lok, die die Blicke auf sich ziehen wird. Mit der Siemens Vectron von Pico